Der King ist wieder da, ausgerechnet an seinem Lieblingsort. In Lissabon wurde Kingsley Coman, 25, 2020 mit seinem Final-Tor gegen Paris zum Henkelpott, Helden. Beim 4,0 gegen Benfica wirbelte er im selben Stadion nun wieder wie zu besten Zeiten, wurde von der UEFA zum Main of the Match gewählt. Drittes Gruppenspiel in der Champions League, drittes zu 0, die Bayern, Stars nach dem Sieg bei Benfica Lissabon in der Einzelkritik. Bayern, Trainer Julian Nagelsmann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Coman happy, es hat sich sehr gut angefühlt. Ich bin sehr glücklich, dass ich nach den Herzproblemen widerspielen kann. Seine Herz-OP sorgte kurzzeitig für große Sorgen, knapp vier Wochen fiel der Franzose danach aus. Mit seiner Rückkehr in die Startelf hat Bayern gleich zwei Luxusprobleme, in der Offensive muss jetzt wieder immer einer der drei Flügel, Stars Coman, Sané und Niabry auf die Bank. Und Bayern muss bei solchen Top-Leistungen auch die Zukunft Comans neu diskutieren. Die aktuelle Situation, der Coman-Vertrag läuft 2023 aus. Bayern müsste ihn im kommenden Sommer verkaufen, um Ablöse zu kassieren. Coman will rund 20 Mio-Gehalt, Bayern bietet rund 13. Eine Verlängerung ist aktuell weit weg. Bei solchen Leistungen sollte der Klub aber überlegen, ihm etwas mehr als eine Mio mehr pro Jahr zu zahlen. So wäre Coman definitiv eine mit großer Bayern-Zukunft.